Meine Giveaways für die Kindergartenkinder und unsere lieben Freunde, die zu Weihnachten nur eine Kleinigkeit wollen und bekommen. Und ich zeige euch jetzt, wie ich die gemacht habe. Ich habe hier weihnachtliches Origami Papier. Das sind vier oder fünf verschiedene Muster. Dann habe ich kleine süße Bärchen und Kleinigkeiten, die man reingibt. Dann verschiedene Glitzersticker, die ich außen drauf geben kann. Einen 1,5 Zoll Puncher. Meiner ist von Rhea. Und ganz wichtig, doppelstätiges Glühwebeband. Super! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018